Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei UpperFloor Capital zu einem neuen Video. Heute würde ich euch gerne mal meine Top 3 YouTube Kanäle aus dem Jahr 2021 vorstellen, die ich am liebsten geschaut habe, wo ich jedes Mal einen Mehrwert rausgezogen habe, immer was mitgenommen habe, wo ich mich wirklich jedes Mal darüber gefreut habe, dass ein Video rauskommt und vor allen Dingen die ich ohne Vorbehalte einfach so empfehlen würde, was ich ja natürlich hier auch mache und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Der erste Kanal erst vor ein, zwei Monaten von mir entdeckt, aber mich schon durch wirklich sehr, sehr viele Videos geklickt. VisualPolitik.de greift eben, wie schon der Name verrät, die Themen Politik auf, Geostrategie, aber auch Wirtschaft, Weltwirtschaft und ich finde, das ist hier eben ein sehr, sehr guter, sehr gut gelungener Mix. Wir haben hier wirklich gute journalistische Arbeit, immer wieder belegte Quellen, topaktuelle Themen und Artikel, die nicht nur Deutschland und die EU betreffen, sondern auch international gestreut sind und wie man hier an den Themen eben erkennen kann. Wir haben hier Sachen wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit drinne. Wir haben hier topaktuelle Themen drinne, wie zum Beispiel China oder der Nahe Osten, die Konflikte, die dort abgehen. Dann haben wir hier auch so Sachen drinne, wie Bilanz ziehen von Merkels Amtszeit zum Beispiel, ja, irgendwelche Gegenüberstellungen, China, USA, Japan, China und so weiter. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr breit gestreut, verknüpft eben sehr, sehr viele Themen, nicht nur aus der Politikwelt, sondern auch viel aus der Wirtschaft und Geostrategie, wie eben schon erwähnt. Und wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es gibt eine Menge Fakten, die man daraus mitnehmen kann, eine Menge, ja, Sachen, die man sich nicht nur im Video quasi veranschaulichen kann, sondern auch ein bisschen weiter spinnen kann und wie gesagt auch immer der Bezug zur Wirtschaft. Also wirklich ein sehr, sehr guter Top-Kanal, den ich hier ohne Probleme weiterempfehlen kann. Links sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung dann zu finden. Der zweite Kanal, Homo Ökonomikus, ja, ein sehr, sehr schlauer, junger Mann, um es mal einfach so zu sagen, der sich früh in die Selbstständigkeit bewegt hat, ein eigenes Business hat und auch immer wieder, ja, Einblick in seine eigenen, ja, Aktivitäten gibt und nicht nur eben die Themen auswandern, investieren und eigenes Business sehr gut und sehr transparent beleuchtet, was ich wirklich sehr schätze, sondern hier geht es mir wirklich auch immer wieder um diese, ja, Exkose in gewisse Themen. Wir sehen hier zum Beispiel schon das neueste Bücherliste 221, Geschichte, Politik und das ist wirklich auch das, was ich sehr, sehr schätze, was ich jedes Mal sehr liebend gerne mitnehme, bis zum Schluss angucke, immer diese Deep Dives, die wir hier zum Beispiel auch sehen, Koalitionsvertrag einmal, ja, in den Blick genommen, dann hier wie gesagt solche Themen wie Auswandern mit drin, aber dann hier auch wieder solche Sachen, ja, wie Rente, soziale Gerechtigkeit, Sozialpolitik und generell auch nochmal sowas wie politische Meinung, Überzeugung. Also wirklich ein großes Spektrum hier findet, glaube ich, auch wieder jeder was, auch wenn ich hier sagen muss, natürlich diese ganze Dividendenstrategie, die er fährt, bin ich wirklich nicht großer Anhänger, großer Freund, aber ist ja vollkommen in Ordnung, dass man verschiedener Meinung ist. Wie gesagt, hier geht es mir vor allen Dingen um diese Deep Dives in die verschiedensten Themen, auch wieder aus Politik und Wirtschaft, vor allen Dingen eben aus dem Deutschlandraum. Finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr gute Beleuchtung, wie gesagt, Kanal auch wieder unten in der Videobeschreibung zu finden. Der dritte Kanal habe ich hier nochmal was Englischsprachiges mitbekommen, mitgenommen, besser gesagt, Cold Fusion beleuchtet eben auch Themen aus Forschung, Medizin, Technik, Wirtschaft und ja, kleine Sachen aus der Politik noch mit drinne. Wir sehen hier zum Beispiel gerade sowas aus dem Gaming-Bereich, technischer Fortschritt mit drinne, Robotics mit drinne, dann haben wir hier solche Wirtschaftsskandale mit drinne, ja, aktuelle Sachen aus der Politik und der Wirtschaft, dann hier zum Beispiel sowas wie McAfee, der ja auch gestorben ist, also werden dort auch mal sehr, sehr aktuelle Themen mit aufgegriffen, aber dann auch sowas wie globale Shipkrisen, Themen wie Kryptowährungen und so weiter. Ja, technischer Fortschritt, wie gesagt, findet man ja auch en masse drauf und hier finde ich mich wirklich sehr, sehr gut zurecht auf dem Kanal. Wirklich sehr, sehr angenehme Stimme, sehr, sehr angenehm und visuell dargestellt und hier findet auch wieder jeder was, der ja in den Themen Politik, Wirtschaft, Forschung, Entwicklung, technischen Fortschritt und so weiter interessiert. Das ist also wirklich ein super, super Kanal und kann man auf jeden Fall ohne Probleme sich durch das eine oder andere Video wirklich durchklicken. Ist sehr, sehr gut gelungen, sehr, sehr cool und wie gesagt, ja, die drei Kanäle, die ich hier auch nochmal auf meiner Kanalliste, auf meinem Kanalboard natürlich auch mit vorstelle, kann man sich wirklich sehr, sehr gut angucken. Ein Abo ist auf jeden Fall dort sehr empfehlenswert. Ich schätze die Leute auf jeden Fall sehr und hoffe, dass sie natürlich im nächsten Jahr genauso weitermachen werden wie bisher. Gut, das soll es auf jeden Fall von meinem kleinen Einblick in die Top 3 YouTube-Kanäle von 2021 gewesen sein. Ich hoffe, für euch ist auch was dabei und ihr findet da in den einen oder anderen Kanal ein Video, was euch interessiert, wenn nicht sogar eine große Palette davon. Vielen Dank wie immer für das Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.